So schlecht war die Benennung der Marke 9.646 doch nicht. Die Börse ist ein schnelllebiges Geschäft. Das ist immer so, das ist in diesen Tagen noch stärker so. Auf jeden Fall hat der DAX sich wieder kräftig erholt, wenn auch gleich wieder mit einem ziemlich großen Gap heute Morgen, weil die Märkte im Fernost sich erholten, weil die Futures positiv waren. Das hinterlässt immer einen gewissen Makel, aber nichtsdestotrotz, der Markt stabilisiert sich hier, der hat gestern ja quasi ein zweites Standbein sozusagen ausgebaut. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns stabilisieren, wenn gleich vielleicht dieses Gap nochmal geschlossen wird, Monatsanfang. Wir haben heute den letzten des Monats, wie in den Videos davor erwähnt, ist es schon so, dass man sich dann ein bisschen darauf einstellen kann, dass die Kurse nach oben gezogen werden durch das sogenannte Window-Dressing. Die VW-Affäre-App nicht ab. Wir reden jeden Tag darüber, jeden Tag kommen neue Personalie ins Gespräch. Kann der bisherige Finanzvorstand überhaupt noch Aufsichtsratschef werden? Wie viele Leute wussten Bescheid? Nichtsdestotrotz, ich habe einiges ja miterlebt an den Börsen, worauf die Aktienkurse immer wieder erratisch reagiert haben. Ich kann mich vor allem an die Terroranschläge erinnern nach dem 11. September 2001. Alles, was dann nur nach Terror so ein bisschen hochführte dazu, dass die Märkte extrem stark reagierten. Doch mit jedem Terroranschlag, so dramatisch er war, ließ die Reaktion irgendwann mal nach, weil man merkte, die Börse reagiert darauf nicht mehr. Und so gab es auch andere Themen, die zunächst gierig aufgegriffen wurden, Zinswänden und solche Dinge, die dann irgendwann keine Rolle mehr spielen, weil man merkt, die Erde dreht sich weiter. Das wird auch bei dem VW-Skandal genauso sein. Es mögen immer wieder neue Enthüllungen und Nachrichten kommen. Der Effekt auf die Kurse wird irgendwann nicht mehr durchschlagen, vor allem, wenn diese nicht mehr fallen. Und irgendwann wird man das Ganze eben als das abtun, was es ist, nämlich eine VW-Affäre und nicht das Ende des Standortes Deutschland. In Indien sind die Zinsen gesenkt worden. Das kann die Wirtschaft da ein bisschen stärker ankurbeln. Und das könnte dem Goldpreis helfen. Allerdings Zinssenkungen wirken mit Zeitverzögerung. Auch da wird wahrscheinlich keine Schützenhilfe im zweiten Halbjahr kommen. An den Währungsmärkten sieht es relativ langweilig aus. Es geht nämlich ziemlich seitwärts, das habe ich die letzten Monate auch so prognostiziert, die Staatenwährungsbewegungen aus dem ersten Halbjahr, die scheinen vorbei zu sein. Die Amerikaner haben zwar Zinserhöhungsfantasie, Janet Yellen sagte ja nochmal, man wolle schon in diesem Jahr die Zinsen anheben. Aber der Markt hat auch gelernt, alles hängt von der aktuellen Wirtschaftslage ab. Und keiner weiß genau, ob es denn tatsächlich passiert.